Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 18. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 957 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Easy Park, iPadOS, Apple Music, Epic Games und Flugsimulator. Ich beginne gleich mit Easy Park, die App, mit der man in über 2200 Städten in 20 Ländern auf der Welt Parkplätze suchen, befahren und bezahlen kann. In Deutschland sind da zum Beispiel 250 Städte mit dabei. Ich weiss nicht, wie viele es in der Schweiz sind. Ich bin gar nicht sicher. Das letzte Mal, als wir irgendwo unterwegs waren, haben wir drei verschiedene solche Apps und Möglichkeiten an einem Parkplatz gesehen. Also irgendwie ein bisschen ein Überangebot. Aber weshalb ich überhaupt darüber spreche, die App gibt es jetzt nicht nur für das Smartphone, also für das iPhone, sondern neu auch für Apple CarPlay. Das heisst, man kann, weil die Kritikkarte hinterlegt ist etc., das Ganze bequem am grossen Display, sofern dann das Auto, was ihr habt, ein solches hat, abwickeln. Finde ich auf jeden Fall kein verkehrter Weg. Dann gibt es Neuigkeiten zum iPadOS und generell zu iOS 14.5. Da sind die Betas in der zweiten Version, glaube ich, mittlerweile die öffentlichen. Also es ist nach vor der Veröffentlichung, würde man zumindest meinen. Und da kommen Neuigkeiten dazu, dass Apple ja nicht nur die URLs, welche ihr eingebt beim Surfen, gegen Google anonymisiert. Das heisst, Google bekommt da nur anonymisierte URLs angezeigt. Mit dem neuen Update bekommt auch Google die IP-Adresse von euch nicht mehr mit. Und das natürlich nicht nur Google, sondern auch alle anderen. Das heisst, ihr surft damit noch anonymer. Das Ganze geht über die Apple-Server und wird da über den Proxy-Server geleitet, sodass Google und die anderen, die Daten ermitteln, nur noch sehen, dass der Kunde von Apple kommt, aber auch nicht, wohin das er geht. Finde ich toll. Sollte weiter so gehen und auch bei anderen Geschichten so sein. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple Music. Die meisten Lizenzgebühren bezahlt nämlich Apple Music, zumindest wenn man es im Verhältnis zu den Nutzern nimmt. Spotify bezahlt verhältnismässig wenig. Das hört man dann schon lange von diversen Künstlern, auch in meinem Umfeld. Künstler, die ich kenne, die bekommen da sehr, sehr, sehr kleine Beträge, auch trotz teilweise gut verkauften Zahlen. Das ist schon ein bisschen beschämend. Jetzt gibt es Zahlen aus Amerika, da sind insgesamt 424 Millionen US-Dollar und ein paar zerquetschte an Lizenzgebühren von den ganzen Streaming-Anbietern zusammengekommen. Da sieht man eine schöne Auflistung. Apple ist mit 163 Millionen die Nummer eins. Dann Spotify und eben das ausgerechnet auf die Anzahl der User ist dann schon ein Riesenunterschied. Also, liebe Spotify, bezahlt die Künstler endlich richtig und auch Apple, da weiss man ja, dass die mehr bezahlen als andere, aber auch da denke ich, es ist noch Luft nach oben irgendwie. Aber das heisst natürlich, auch der Kunde muss schlussendlich wieder ein bisschen mehr zahlen. Mal schauen, wie das da weitergeht. Dann gibt es Neuigkeiten, nachdem Epic Games in, wo war das, in den Staaten, in Australien und wo haben sie noch, ich glaube noch an einem anderen Ort, geklagt und bis jetzt nicht wirklich erfolgreich geklagt haben. Zumindest erste Instanz in den Staaten haben gesagt, Apple hat recht, nicht eingehalten und deshalb passiert es so. Der grosse Unterschied, jetzt gehen sie in Europa vor Gericht, da möchten sie keinen Schadenersatz. Man hat gelernt aus den letzten paar Klagen, man möchte nur, dass die Welt ein besserer wird und dass der Kunde entscheiden kann, von wo er Apps installiert. Ja, sehe ich dezent anders, auch wenn das Monopol schwierig ist, aber aus sicherheitstechnischen Gründen ist es so, wie es ist, aktuell definitiv nicht unbedingt verkehrt. Dann gibt es Neuigkeiten vom Microsoft-Flugsimulator, nämlich Grossbritannien und Irland hat neue Fotos, neue Videos, eine neue Oberfläche spendiert bekommen. Diverse Landschaften, Flughäfen, zahlreiche Gebäude, Schlösser, Burgen und Brücken sind viel detaillierter dargestellt. Wer also das Spiel spielt, fliegt da mal in Richtung Grossbritannien. Es kann sich lohnen, auf jeden Fall. Dann gibt es noch Neuigkeiten zum weiteren Nebenprojekt vom Geek Talk Podcast, neben den News-Interview-Gadget und so weiter Folgen gibt es auch die Daily, die ihr gerade hört. Und dann gibt es seit knapp zwei Jahren, glaube ich jetzt mittlerweile, auch die Crowdfunding-Folgen. Das wurden im letzten Jahr ein bisschen weniger, weshalb, das erkläre ich in der neuesten Folge in der 127 und auch ohne zu spoilern, wie es da weitergeht und oder nicht. Einfach mal reinhören, Link in den Shownotes, den Podcast findet ihr auch im Podcatcher eures Vertrauens und ansonsten auf crowdfunding.geektalk.ch im Internet zum Nachlesen. Hört mal rein, würde ich doch sagen. In diesem Sinne, viel Spass und euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.